Wir sind auf der Suche nach einem First-Class-Schocken. Ja, ja, und ich schäme mich auch nicht, wie ein Taxifahrer zu reden, denn ich bin ein Taxifahrer. Und jetzt hören Sie mal zu. Spitzen Sie Ihre Ohren, Sie scheinheiliger Finanzakrobat. Wir werden nicht aufgehen. Ist noch alles dran? Ja, alles bestens. Du bist kein normaler Mensch. Ach, das ist ein alter Trink, das könntest du genauso, wenn du wolltest. Was, ich? Ja. Die Situation ist kritisch. Ich bitte um die Autorisation für alle erforderlichen Notmaßnahmen. Alles, was ich wissen muss, ist, dass meine 150 Millionen Dollar immer noch meine 150 Millionen Dollar sind. Klar. Gut. Dann bete zu Gott, dass das, was du sagst, wahr ist. Sonst zieh ich. Rock and roll. Rock and roll. Six and soul. Six and soul. Hey, not my mama tonight. I'm gonna rock you tonight. Wanna go with you downtown. Hey, come get a sleep. You're gonna jump on the range. Rock and rolling around town. Zu spät, meine Herren. Party ist vorbei. Meine fängt erst an. Wo ist der Mann von der Reinigung? Er ist gegangen. Und dann Konfuzius. Rock and roll. Six and soul. Rock and roll.